Macht die Taschenlamp an für Ja und lasst es aus für Nein. Sind sie männlich? Sind sie weiblich? Sind sie ein Mädchen? Ein Mädchen? Nicht ein Junge? Okay, merkt das bitte aus? Frosch. Sagt das bitte aus? Ich weiß, das ist schön. Frosch. Flosch. Guck mal, Liebling. Mach die Taschenlamp bitte aus. Und dann fragen wir noch Fragen. Mäuschen. Schätzilein. Dankeschön. Ich zeige dir, alle die bunte Licht. Für mich ist das ganz schön schwer. Ich muss erst die Box ausmachen, dann wieder an. Für dich? Du musst sie normalerweise nur anpassen. Guck mal. Siehst du? Ich zeige dir einmal noch. Und an. Rot, orange und grün. Kannst du das auch machen? Willst du das auch machen? Du willst das machen? Dann probier mal. Nimm deine Energie bei der grauen Box und es könnte beleuchtet sein. Du willst das machen? Okay. Dann seigend. Das ist vielleicht schwer. Weiß ich nicht. Mach die Lampe noch mal aus, bitte. Danke. Dankeschön. Ist hier immer noch ein kleines Mädchen? Ja? Danke. Schön. Schön. Ich habe das mal ausgetaude gesehen. Und wir haben uns gefragt, ob das ist eine Frau. Und jederzeit wir fragen, ob es eine Frau. Das Licht kommt auf. Wir versuchen, zu erobern diese Ball aus. Aber das hat nicht funktioniert. Wir sehen uns. Okay. Kannst du das Licht wieder auf? again, bitte? Kannst du das Licht wieder auf? gern, please. Kannst das Licht wieder ausmachen? Mach das Licht bitte aus. Ja, danke schön.